Die Geißel macht mir Sorgen. Sie ist weg. Und mit dir der Fluch. Der Fluch wehrt fort. Ihm entstammt die Bestie. Eine Geißel, die in gleichem Maß auch aus dem Verrat der Schwester Newsmith herrührt. Schlimmer noch, obwohl Thickskins Verrat sie zeugte, hat Cates Verrat sie erst befeuert. Was hat Charles gesagt? Ein Albtraum ist der Geist von jemandem, dem Unrecht widerfahren ist. Der kalte Zorn dieses Albtraums geht weit über die Schwester Newsmith hinaus. Ganz New Eden wurde verflucht. Was sie wohl getan haben, um derartigen Hass zu verdienen. Oh, was sie getan haben? Was sie bekannt, dass sie bald wieder einen gap und nicht klein sind? Was sie nun? Die Schrauben das Hausten großartig ist. Wunschte ihn noch, was sie 20 Prozent zu sehen, am ich sage. Denn hier war sie zu sehen. Sie sind aber auch nicht ein Vielfalt. Sie sind jetzt schon ganz innovativ. Sie sind ein affordiges Gerät von mir vor. Kauf vor dem Schrauben. Sie sind Sie sind, Parfänger, wenn man ihn kapiert. Sie sind Kommen. Sie sind zu Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich halte mein Versprechen. Wir haben uns gemeinsam entschieden. Ich weiß. Ich vertraue dir. Ich halte mein Versprechen. 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 Der Tierfreund in dir zeigt sich. Grenzehlen nicht. Ich halte mein Versprechen. Ich halte mein Versprechen. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Ich halte mein Versprechen. 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 Ich halte meine Versprechen. Brauchst du einen Moment Pause? Ich würde gern weiter in Richtung New Eden. Aber ja, ich sollte kurz verschnaufen. Komm her. Ich möchte was ausprobieren. Auch dir einen guten Morgen. Ich glaube, wir können das besuchen. Beseitigen. Gemeinsam. Klar. Ich hole nur eben meine Hacke. Vertrau mir einfach. Hast du gespürt, wie ich den Schleier zerrissen hab? Ja. Hab ich. Und wir haben's zusammen geschafft. Was hab ich denn gemacht? Mehr als genug. Du hast mir Kraft gegeben. Kannst du das nochmal machen? Verlass dich drauf. Hab ich. Hab ich. Ich hab mich. Ich hab mich. Verlass. Soll ich das Hindernis aus dem Weg räumen? Soll ich das? Soll ich das? 1314, als die Schotten die Engländer schlugen. Ihr habt die Schlacht gewonnen. Aber wer den Krieg? Keine Ahnung. Ist noch nicht vorbei. Soll ich das? Soll ich das? Untertitelung. BR 2018 Verdammt! Mach schnell dein neues Ding! Du weißt, dass ich auch noch da bin. Das würde ich auch gern können. Du müsstest zuerst sterben. Du weißt, was du weißt, was du weißt? Du weißt, was du weißt, was du weißt, was du weißt. Verpisst euch! Du solltest von dort verschwinden! Aha, du magst also keine Krähen. Geflügelte Aasfresser. Wir haben stets Verzweiflung im Schlepptau. Vielleicht folgen sie ihr bloß. Na, sieh mal einer an. Verzweiflung im Schlapp. Verzweiflung! Hör ab! Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Kinder erleichtert. Wenn wir nur Kinder wären. Ein Schwarm Schem. Zwingen Sie mit den richtigen Worten der Macht dazu, sich zu zeigen. Nun tretet aus dem Schatten hervor. Es ist noch nicht vorbei. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Bereit für den Einsatz. Ich kann dir helfen. Oh! 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 Achtung, ein Schemener greift Besitz. Du musst schneller werden. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Der Schemen sucht nach einem Körper. Es ist noch nicht vorbei. Der kleine Scheißer ist mächtiger geworden. Noch einmal mit Wochen. Der ist von einem Schild umgeben. Er hat es auf dich abgesehen. An den komm ich nicht ran. Entschuldigung. Verflucht! Ärger im Anflug. An den komm ich nicht ran. Tja! Versuch es noch einmal. Gute Blüte, du bist ja zäher als ne Kakerlake. Kannst du nicht endlich sterben? Oh! 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 Das war's für heute. Deine neue Gabe. Wie fühlt es sich an, sie zu verwenden? Ist schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Wutanfall, ein geballter Ausbruch von Frustration. Unvorstellbar, dass hier jemand leben könnte. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Hast du das gespürt? Es ist nah. Ja. 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 Ja.